Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur endlich letzten Folge Last Team Standing. Es ist jetzt ein grüner auf dem Server und da es schon sehr lange zurückliegt, als ich meine letzte Folge hochgeladen habe, habe ich jetzt echt dermaßen Angst, dass er eventuell... Ups, Moment, ich muss ganz kurz gucken, wie ich das hier mache. Ich habe hier nämlich eine Bandage oben, weil... Ah, meine Hand tut sehr weh. Okay, und ich kann so jetzt nicht nochmal spielen, so, ich gehe jetzt einfach mal auf den Server rauf. Okay, er ist da. Ich bin da. Und er steht da. Okay. Puh, ich habe gerade ein bisschen Angst. Ähm, letztes Mal haben wir uns hier reingegraben. Wir sneaken immer schön. Ich kann mein Inventar jetzt nicht öffnen, weil dann sneake ich ja nicht mehr. Äh. Nein. Okay. Er hat es gehört. Und? Und? Okay. Er war sehr überrascht. Okay. Und wir haben ihn down. Puh. Okay. Okay. GG. Okay. Okay. Wir haben ihn jetzt tot. Ähm. Ja, das war jetzt... ...ein sehr schneller Tod, muss ich sagen. Jetzt wäre ich da auch fast noch runtergefallen. So. Zack. Zack. Okay. Gucken wir mal, was er alles dabei hatte. Okay. Nur seine verzauberte Ausrüstung. Ich meine, so spannend war der Kampf ja jetzt gar nicht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. So spannend war der gar nicht. Und Leute... Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, wie ihr seht, schmeiß ich gerade einfach alles raus, was ich gerade so im Inventar habe. Denn, Leute, das Projekt ist zu Ende. Ja, das war die letzte Folge Last Team Standing. Das war das Ende. Ähm. Ich wollte es unbedingt mit einem Kampf beenden. Er war jetzt wohl nicht drauf gefasst, dass wir ihn jetzt gleich angreifen. Ähm. Auf jeden Fall... Er wusste, glaube ich, dass ich in der Wand bin, aber er wusste, denke ich, nicht, dass ich von hinten komme. Und deswegen hat er wahrscheinlich vor der Wand gewartet. Ja. Ein Nachteil war auch noch, dass er eben kein Schwert in der Hand hatte. Ups, das muss ich auch noch hier entfernen. So. Ich würde sagen, ich stelle mich hier auf das Weizenfeld. Und möchte euch einfach nochmal Danke sagen für die Zeit hier im Projekt. Ähm. An die neuen Leute. Ihr kennt wahrscheinlich Last Team Standing gar nicht. Ich habe da eine Playlist, da könnt ihr euch alle Last Team Standing Folgen ansehen. Ähm. Es war ein cooles Projekt. Es ist vielleicht einiges nicht so gelaufen, wie es eigentlich laufen sollte. Es war alles nicht so perfekt. Aber es war unser erstes Projekt. Und wenn dann mal wieder ein neues Projekt kommt, dann wird es wahrscheinlich besser werden. Und, ähm, auf jeden Fall kommt jetzt eben statt Last Team Standing immer dein Craft. Und ja, ich hoffe, euch hat Last Team Standing gefallen. Und hier noch ein kleines Best-Off. Und ich verabschiede mich schon mal. Und gut, Leute. Mach's gut. Ciao. Oh, halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz? Ja. Schönen Lachen. Okay, ich mache jetzt. Boah, immer aufpassen, wo ich hinstelle. Oh, und die ersten Diamanten haben wir somit auch gefunden. Jetzt gucke ich nur, dass da unten keine Lava ist. Ich gucke nur, ich gehe lieber auf Nummer sicher, dass ich hier wirklich nichts verliere, dass darunter keine Lava ist, weil, ähm, das für ein... Oh, ich höre Zombies. Vielleicht ein Dungeon ist da auch noch in der Nähe. Das ist meine Meinung, ja? Meine Meinung. Ich habe es gefunden. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Seht ihr das da vorne? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Oh mein Gott. Damit möchte ich ihn jetzt ein bisschen rausloggen. Ähm. Nein, er hat eine komplett verzauberte Rüstung. Nein. Nein, ich habe Angst, Leute. Ich habe sowas von Angst, ey. Ihr glaubt das ja gar nicht. Okay. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwelche Zombie-Pigments waren. Oh, super. Ja, geil. Meine Spitzsack ist kap... Oh, geil, Diamante. Dein Ernst? Ich habe eine komplett verschissene Folge lang. Eine komplette Folge lang verschissen, irgendwelche Kühe zu finden und dann bist du hier? Also stirb. Okay. Der richtig scheiße. Das finde ich nicht so geil. Mal ganz kurz Koordinaten anmachen. Okay. Da. Da. Boah! Scheiß, die Wandern! Stopp! Alter... Alter Schwede. Huiui. Oh, scheiße. Moment. So. Ich bin der einsame Ritter aus Mauthausen. Er hat es gehört. Und? Und? Okay. Er war sehr überrascht. Okay. Und wir haben ihn down. który ist.